Was geht Leute, ich bin's, euer Heikstun. Und zwar habe ich eine kleine Anmerkung zu machen. Ich sitze hier gerade in meinem Zimmer, vor meinem Schreibtisch. Und ja, wir haben 25.000 Grad draußen, Minimum. Und ja, ich möchte eine kleine Ankündigung machen zu den Fliff-Parts. Und zwar sind Part 11 bis Part 16 betroffen. Und zwar, ich nehme ja mit MSI Afterburner auf, das wissen vielleicht manche von euch, vielleicht noch nicht ganz alle. Und auf jeden Fall kam dann da so ein Updater von irgendeinem Programm. Ist jetzt auch egal. Und dadurch, wenn die Aufnahme von MSI Afterburner abgebrochen wird, dann hört die Aufnahme direkt ab und die Datei ist beschädigt. Das heißt, ihr könnt die nicht mehr öffnen. So, das heißt, ihr könnt die weder abspielen, noch rendern, noch öffnen, noch irgendwo hochladen. Also wirklich nichts geht. Die Datei ist im Arsch. So, und, ähm, ihr kennt mich ja, sowas nehme ich natürlich nicht hin. Auf jeden Fall, ähm, habe ich, also erstmal vorneweg, alles läuft. Also ihr bekommt Part 11 bis 16, gar kein Problem. Und, äh, ich möchte nur so ein paar Ankündigungen machen. Und zwar, ähm, ist das teilweise gerade zum Ende hin. Also, gerade der 16. Part, da merkt man das dann doch schon extrem, sehr asynchron. Also, bis Part 16 habe ich wirklich mein Bestes gegeben. Ähm, da ist auch eigentlich alles noch halbwegs synchron. Halt ab Part 16 wird es extremst asynchron. Und ich glaube auch, irgendwann stockt das Bild und ich rede dann einfach nur noch weiter. Davon ist dann aber auch nur der 16. Part betroffen. Part 11 bis 15, äh, sind mir eigentlich ganz gut geglückt. Was ich dazu sagen muss, es war extrem viel Arbeit. Wirklich, Leute, das könnt ihr mir vorstellen. Ähm, erstmal ist die Aufnahme ja insgesamt 60, 70 Minuten lang. Und wenn ihr die in Programm, äh, Programm, Programm reinzieht, kennt ihr ja, wenn ihr ein Video rendern wollt, was extrem lange ist, dann dauert das Importieren teilweise schon eine Stunde. So, und, äh, ich musste wirklich, erstmal musste ich mit dem Hexadezimal-Editor den ganzen Index neu schreiben. Dann musste ich das, äh, die Keyframes neu, neu schreiben. Dann musste ich den Index neu, äh, definieren lassen mit diversen Programmen. Also, es war wirklich ein Haufen Arbeit. Und ich gehe um 8 Uhr zur Arbeit, Leute. Und, ähm, ja, ich habe teilweise die Nacht durch bis 4 Uhr gemacht, damit ihr diese Parts habt. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir verzeihen könnt, dass eventuell mal so, ja, weiß ich nicht, Asynchronität von einer Sekunde, zwei Sekunden mehr ist es wirklich nicht. Halt nur im Part 16, da wird es halt richtig extrem. Es könnte, es könnte, es könnte sein, dass hin und wieder doch mal etwas, äh, laggy wird. Oder hin und wieder doch mal eventuell ein bisschen flackert oder ein schwarzes Bild kommt. Also, es tut mir wirklich leid. Das passiert auch nicht normal. Aber ich habe wirklich das mein Bestes gegeben. Das solltet ihr wissen. Ich habe wirklich tief in die Nacht noch dran gearbeitet. Damit ich jetzt, äh, heute für euch doch noch pünktlich wenigstens, ähm, die Parts, die Parts rausbringen kann. Also, es tut mir, es tut mir wirklich richtig leid, Freunde. Ne, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und, ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit den Parts. Ich lasse mir da vielleicht so eine kleine Entschädigung einfallen, kleine Special. Ähm, da lässt sich bestimmt drüber reden. Und, ja, ich hoffe, ihr wisst meine, äh, Mühe und Arbeit zu schätzen. Und, ähm, ja, ich verlinke euch dieses Video auch auf jeden Fall in jeden dieser Parts. Damit ihr dann nochmal Bescheid wisst. Und auch für die Leute, die das Video nicht gucken. Und dann direkt in die Kommentare schreiben, dass ich asynchron. Ne, ne. Deswegen verlinke ich das dann nochmal in dem Video. Auf jeden Fall, okay, ich habe schon wieder fast vier Minuten gequatscht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Genießt, ja, grillen. Weiß ich nicht. Baden. Keine Ahnung. Einfach alles, ne. Genießt es. Und, ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß. Euer Hikesun. Macht's gut.